Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Nieren sind lebenswichtige Organe, die eine Vielzahl von Funktionen im Körper erfüllen, darunter die Filterung von Abfallstoffen aus dem Blut und die Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts. Es gibt verschiedene Arten von Nierenerkrankungen, darunter Nierensteine, Niereninfektionen, Nierenversagen und chronische Nierenerkrankungen. Die Ursachen für Nierenerkrankungen können vielfältig sein, von genetischen Faktoren über bestimmte Medikamente bis hin zu ungesunden Lebensgewohnheiten wie Rauchen und übermäßigem Alkoholkonsum. Die Symptome von Nierenerkrankungen können variieren, aber zu den häufigsten gehören Schmerzen im unteren Rückenbereich. Häufiges Wasserlassen, auch Blut im Urin ist möglich, Müdigkeit, Schwellungen in den Beinen und Füßen, sowie erhöhter Blutdruck. Neben der konventionellen medizinischen Behandlung gibt es auch alternative Behandlungsmöglichkeiten, die Betroffenen helfen können, ihre Nierenerkrankung zu lindern oder zu managen. Eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Nierenerkrankungen. Es ist ratsam, salzarme Lebensmittel zu wählen und den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln und gesättigten Fetten zu reduzieren. Darüber hinaus sollten Betroffene auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und alkoholische Getränke sowie koffeinhaltige Getränke einschränken. Regelmäßige körperliche Aktivität kann ebenfalls von Vorteil sein, da sie den Blutdruck senken und die allgemeine Gesundheit verbessern kann. Stressbewältigungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen können ebenfalls hilfreich sein, um den Stresspegel zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Stress kann sich negativ auf die Nierenfunktion auswirken. Daher ist es wichtig, Strategien zur Stressbewältigung in den Alltag zu integrieren. Einige pflanzliche Heilmittel können ebenfalls zur Unterstützung der Nierenfunktion beitragen. Dazu gehören beispielsweise Brennnesseltee, Löwenzahntee und Cranberrysaft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nierenerkrankungen eine ernsthafte Angelegenheit sind, die eine angemessene medizinische Betreuung erfordern. Dennoch können alternative Behandlungsmethoden und gesunde Lebensgewohnheiten dazu beitragen, die Nierenfunktion zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, ein besseres Verständnis von Nierenerkrankungen zu bekommen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Gute Besserung und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!